I'm at an old time Yo was geht ab Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal ein Ankündigungsvideo was gesagt ich muss einfach einmal was sagen und zwar bin ich jetzt für zwei Wochen in Kroatien und deswegen wird nicht so häufig ein Video kommen weil ich produziere jetzt alle Videos vor und vielleicht werden noch paar Gast Uploads kommen ich weiß jetzt aber nicht ob die Leute das machen oder machen wollen und deswegen wollte ich euch in diesem Video sagen dass ich jetzt für zwei Wochen in Kroatien bin dass nicht die besten Videos kommen ich muss halt jetzt einfach noch vor produzieren weil ich hab da erst heute dran gedacht und das Video wird glaube ich irgendwie Sonntag oder Samstag oder so online kommen da bin ich schon in Kroatien ich mach dieses Video gerade am Donnerstag und deswegen alle Videos die in den nächsten zwei Wochen kommen werden sind vor produziert sind jetzt nicht die besten Videos aber einfach Videos für euch über Themen und so weiter ich hoffe sie gefallen euch trotzdem natürlich schneide ich sie noch geil oder so ich hab heute noch den ganzen Tag Zeit und ich wollte einfach noch sagen dass ich heute alles vor produzieren muss und dass halt die nächsten zwei Wochen nicht so häufig Videos kommen werden ich glaube ich werde drei oder vier Videos heute machen dann werden jede Woche zwei Videos kommen und vielleicht noch jede Woche ein Gast Upload ich weiß jetzt aber nicht ob die Leute das hinbekommen oder sowas weil ich glaube nicht der eine ist glaube ich noch in Spanien oder sowas also Ice Cream und deswegen muss ich mal gucken aber ich hoffe ihr kriegt das noch irgendwie hin ich hoffe ihr seid mir da nicht so böse wenn jetzt nur zwei Videos pro Woche kommen weil ich bin halt weg kann ich halt leider schlecht gegen was machen ich hätte schon früher anfangen können vor produzieren aber mir ist es erst jetzt gerade um 10.26 Uhr morgens eingefallen deswegen nehme ich jetzt einfach schon auf und deswegen war es das auch schon mit dem Video ich wollte einfach nur sagen dass ich jetzt weg bin für zwei Wochen und dass nicht die besten Videos kommen haut rein Leute keine Ahnung genießt Ferien genießt das Wochenende genießt euren Tag was auch immer chillt euch einfach mal hin bis zum nächsten Mal und ciao